sehr liebe leute willkommen zur nächsten folge projekt k2 ja kevin und max ist heute wieder mit dabei wie immer halt sagt mir hallo wir fahren heute im nürburgring in deutschland ich fahr heute mit dem porsche gt3 r wir alle fahren mit dem genau gleich mal auf bereit und fahr gleich noch aus der box es wird keine schnelle runde geben weil die runde länger ist als fünf minuten ich mir nur zu dritt geil egal oha alter schädel jetzt übrigens die nordschleife für die dies interessiert was warum fährst du doch nicht durch eh erinnerst du noch die nords letzte video ja ja dann läuft vorbei bei welcher schaltzahl schaltet ihr warte da gibt es keine zahl da gibt es fahrer doch unten rechts die drehzahl meint er bei 8 9 so ungefähr ich schalte da nach farbe ich schalte nach gehör also wie hoch er gerade dreht ja so zwischen 8 und 9 eigentlich ich bin ja derzeit da fährt irgendwie ganz langsam ich bin dritter ich bin erster wer ist hinter mir? hey obwohl du eigentlich unter mir bist kevin ja komisch hinter mir kommt der blaues auto ich ich hey lass dir nicht vorbei hey warum hat der Pumper bremst? als ob er mich umgedreht hat was ist mit euch los? ich bin voll gut dran heute mit uns ist los mit uns ist max los oh scheiße runden zeit ungültig ich finde den Pumper ich finde den Pumper echt geil ja finde ich nicht so schlecht ja gut das war das Gefühl ja finde ich alle GT3 ne ne nicht gar ja also schon aber es gibt nochmal unterschiede also manche lassen sich echt nicht so geil fahren also manche lassen sich echt nicht so geil fahren ja so richtig Rennmaschinen mäßig ja hast du mich eigentlich überholt? wer? du nein du hast mich umgedreht ich bin hinter dir ups ich seh dich aber ich komme gleich NEIN NEIN ok er ist rausgeflogen bitte rausschneiden bitte rausschneiden fuck so rausschneiden da schneidet noch nichts raus ja nur weil ich so gestrehe an nein schade es bleibt alles drin ja umso weniger muss man schneiden ich glaube ich schneide gar nichts mal gucken nur das Intro ja gut das habe ich ja nicht hey ich komme gar nicht voran wo bleibt denn ihr? hey Kevin du bist erster obwohl ich vorne bin ja weil noch keine Zeit gefahren wurde wahrscheinlich achso wir werden aber auch keine hinkriegen weil die Zeit gleich abgelaufen ist und wir haben noch nicht mal eine Runde gefahren ja super eingestellt hey du warst der Chef von den breitensten das ist lob an dich Kevin Egal, wie ich ins Ziel komme. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch nicht ins Ziel. Ja, aber dann fängt ja erst die Runde an zum Zähler. Du fährst gerade die Aufwärmrunde. Hey Leute, das schaffen wir ja niemals. Nein. Das Zähl ist jetzt auch schon rum mit unserer Zählung. Wieder jetzt trifft er. Aufwärmrunde ist er auf der Karte. Mario im Fall. Oh leilei, leilei, ja, leilei, wenn er Mario die ganze volle Strecke abtrennt. Ist schon wieder weg. Oh, schade. Ich bin hier gerade im Triften. Ich fahre nicht ein Teuer, Baby. Kennst du es, Max? Hm, glaub ich schon. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020